Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful World Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Immer wieder sieht man in sozialen Medien, auch in YouTube-Kommentaren, Leute, die sagen Jeshua, Hamashia, Chach, Flem, Bar, Mitzvah, Shalom, die mit all diesen hebräischen Wörtern daherkommen, obwohl sie gar kein hebräischer Muttersprachler sind, obwohl sie Deutsche sind. Und die sogar so weit gehen zu behaupten, dass Jeshua der richtige Name von Jesus sei. Nun, das ist Gottes Lästerung. Wenn du sowas behauptest, dann glaube ich noch nicht mal, dass du gerettet bist. Denn die Bibel sagt in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und dieser Name, in dem wir gerettet werden, ist Jesus Christus. Und rate mal, in welcher Sprache Gott das Neue Testament inspiriert hat, in Griechisch, in einer heidnischen Sprache. Ist es nicht interessant, dass Gott für das Neue Testament, in dem wir den Namen Jesus erfahren, dass Gott das Neue Testament auf Griechisch inspiriert hat, in einer heidnischen Sprache, nicht in dieser heiligen Sprache hebräisch. Denn weißt du was, hebräisch ist keine heilige Sprache. Weißt du, was der Ursprung der hebräischen Schriftzeichen ist? Die hebräischen Schriftzeichen wurden künstlich entwickelt aus ägyptischen Hieroglyphen. Das hebräische Alphabet, beziehungsweise das phönizische Alphabet, war das erste Alphabet überhaupt. Es wurde entwickelt aus ägyptischen Hieroglyphen. Es hat also, wenn man unbedingt darauf rumhacken will, wenn man das unbedingt auf die Goldwaage legen will, hat das hebräische Alphabet heidnischen Ursprung. Oh, wie schlimm. Aber weißt du was, Jesus Christus ist das Licht für die Heiden. Wir lesen zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Das Land Sebulon, das Land Naftali, am Weg des Sees, Jensers des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also Jesus kommt in das Galiläa der Heiden und er ist eben das Licht für die Heiden. Denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein großes Licht aufgegangen. Gott ist nicht nur der Gott der Juden. Er ist der Gott der Heiden. Er ist der Gott der ganzen Welt. Und für Gott spielt die Sprache keine Rolle. Und ich sage das deshalb, weil es eben diese Judaisierer gibt, die mit ihrem Jeschua, Hamashir, Hashem, Chach, Flem, Shablon daherkommen und andauernd sagen, Shalom, Shalom, Shalom. Kannst du nicht einfach Hallo sagen, weil Shalom ist einfach nur eine Begrüßung. Du bist Deutscher, oder? Also kannst du einfach Hallo sagen. Leute, die so daherkommen, ich bezweifle erstens ihre Rettung, weil eben die Bibel uns den Namen Jesus gibt im Neuen Testament. Und als Deutsche verwenden wir nun mal den Namen Jesus. Wir sind keine hebräische Muttersprachler, okay? Und wenn du behauptest, dass das nicht der richtige Name des Messias sei, des Christus, dann bist du nicht gerettet. Denn dann sagst du im Grunde genommen, dass das Neue Testament, wie es von Gott inspiriert wurde, nicht Gottes Wort ist. Das ist, was du damit sagst. Dann bist du nicht gerettet. Natürlich, ein hebräischer Muttersprachler würde wahrscheinlich Jeschua sagen oder Jehoshua. Denn der hebräische Name, die hebräische Form des Namens ist Jehoshua, die griechische Form ist Isus oder deutsch ausgesprochen Jesus. Es ist ein und derselbe Name, zwei verschiedene Formen. Im Neuen Testament wird uns aber die griechische Form gegeben, Isus, Jesus. Und das ist der richtige Name Gottes. Das ist der Name des Herrn, in dem wir gerettet werden. Nur in diesem Namen, nur in Jesus Christus. Und wir sind nochmals keine hebräische Muttersprachler. Das heißt, wir verwenden den Namen Jesus. Oder ein englisch Muttersprachler würde den Namen Jesus verwenden. Es ist natürlich trotzdem dieselbe Person. Aber diese Judaisierer, sie wollen unbedingt hebräisch zu einer besonderen, heiligen Sprache erheben. Obwohl die Sprache überhaupt gar keine Rolle spielt für Gott, weil Gott der Gott der Heiden ist. Er ist der Gott der ganzen Welt. Ja, Gott kann in jeder Sprache sprechen. Sehen wir eben schön daran, wie ich gesagt habe, am Neuen Testament, dass in einer absolut heidnischen Sprache inspiriert wurde. In Griechisch. Und warum? Weil Gott die meisten Menschen auf einmal erreichen möchte. Gott möchte die meisten Menschen erreichen, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt die Bibel. Deswegen hat Gott im Neuen Testament eine Sprache verwendet, die damals die Lingua Franca war. Eine Allgemeinsprache. Eine Sprache, die von den meisten Menschen damals verstanden wurde. Denn auch im Römischen Reich wurde hauptsächlich griechisch gesprochen. Nicht Latein. Interessant, oder? Aber ich bin einfach angekotzt von diesen Judaisierern, die Hebräisch zu einer besonderen Sprache erheben, die andauernd mit ihren hebräischen Begriffen daherkommen, die wir nicht so finden in der Bibel. Yeshua, Hashem, Hamashiach, was auch immer. Nein, Jesus Christus, das Neue Testament ist von Gott. Es ist Gottes Wort. Und wenn du behauptest, dass Jesus nicht der richtige Name des Christus sei, dann bist du nicht gerettet. Denn es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und wenn du gerettet bist und trotzdem andauernd Schalom sagst und so, dann mache ich mir Sorgen. Kehr bitte um von deiner Dummheit. Dummheiten ersinnen ist Sünde, sagt die Bibel. Auch schon einen dummen Gedanken zu haben ist Sünde. Warum sagst du Schalom? Mir kommen echt Zweifel bei Leuten, die andauernd Schalom sagen. Und davon gibt es so viele Christen. Vielleicht bist du erst vor kurzem Christ geworden, bist noch nicht damit in Berührung gekommen, aber du wirst es garantiert sehen. Christen, die andauernd mit Schalom daherkommen. Was ist falsch mit dir? Warum denkst du, dass es irgendwie eine besondere Sprache sei? Warum denkst du, dass wir irgendwie unbedingt hebräische Wörter verwenden sollten? Das ist einfach nur komisch. Da frage ich mich, hast du verstanden, dass Gott der Heiden ist, dass das Evangelium allen Menschen gilt, dass die Juden nichts Besonderes sind. Gott wird all die Juden, die ihn abgelehnt haben, auf die Knie zwingen. Sie werden niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, sagt Jesus. Das sagt er über eine Heidengemeinde. Ich mache dieses Video, um dich zu warnen vor diesem Judaisierertum und ich will auch nicht, dass du als wiedergeborener Christ auch nur ansatzweise reingezogen wirst, in dieses ganze Schalom gezogen. Warum kannst du nicht einfach normal Deutsch reden? Lass dich nicht reinziehen in diesen Mist, denn dieses Judaisierertum und vor allem diese Hebrew Root Sekte, die führt im Grunde genommen nur zum Judaismus. Und Judaismus ist nicht die Religion des Alten Testaments. Die Religion des Alten Testaments ist das Christentum. Denn wahres Judentum in den Augen Gottes ist Christentum. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch dass nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen und Geist. Nicht die Buchstaben nach seiner Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wahre Juden in den Augen Gottes sind Christen. Also warum findest du Juden so toll? Warum findest du Hebräisch so toll? Warum denkst du, dass es irgendwie was Besonderes sei? Das ist einfach nur komisch. Lass dich nicht da reinziehen und lass dich nicht verwirren von diesen messianischen Juden auch. Warum bezeichnen sich messianische Juden als messianische Juden? Warum können sie sich nicht als Christen bezeichnen? Weil sie keine Christen sind. Ansonsten würden sie ihr Judentum sein lassen, ihr falsches Judentum und Christen werden. Aber sie sind keine Christen. Was messianische Juden machen ist, dass sie zu ihrem falschen Gott, den sie anbeten, und ja, sie beten einen falschen Gott an, denn wenn du den Sohn nicht hast, dann hast du auch den Vater nicht. Das ist die Bibel eindeutig. Zu ihrem falschen Gott fügen sie Jesus hinzu. Oder ihre Version von Jesus. Yeshua HaMashiach. Komm mit all diesen hebräischen tollen Begriffen. Sie fügen einfach Jesus hinzu, aber sie glauben immer noch an denselben falschen Gott. Was sie machen müssen ist, umzukehren von dem falschen Gott, von Sherina, von dem falschen Gott des Judaismus, umkehren, Buße tun davon, das ist die biblische Buße, umzukehren von Götzen, den Glauben, den Irrglauben an Götzen zu lassen, umzukehren umzukehren, zu dem dreieinigen Gott, an den dreieinigen Gott zu glauben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn du an eine dieser drei Personen nicht glaubst, dann glaubst du an gar keine dieser drei Personen. Dann bist du gar nicht gerettet. Also lass dich nicht reinziehen in dieses Judaisierertum mit all diesen hebräischen, lustig klingenden Begriffen, das ist alles Schwachsinn. Gott sei ein Gott der Heiden, nicht nur der Juden und Jesus ist der Name, der uns gegeben ist im Neuen Testament, in einer heidnischen Sprache, auf Griechisch. Und klar, wir sagen nicht Isus, wir sprechen das nicht griechisch aus, wir sprechen das halt einfach deutsch aus, Jesus. Aber lass dich nicht reinziehen in diesen Mist, das führt einfach nur zu Judaismus, zu einer antichristlichen Religion. Und das sehen wir eben in der Hebrew-Root-Sekte, die all diesen jüdischen Bräuchen folgt oder zunehmend diesen Bräuchen folgt. Es geht eben zunehmend durch die Hebrew-Root-Sekte zum puren Judaismus. Und das ist einfach nur antichristlich. Leute, die all den jüdischen Bräuchen folgen wollen, sie lehnen damit Jesus ab, denn Jesus ist eben unser Opferlamm. Er hat sich ein für alle Mal dargebracht. Also lass dich reinziehen in diese antichristliche Hebrew-Root-Sekte, in dieses antichristliche Judaisierertum. Bitte kehre davon um. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, in diesem Moment.